... oder Fahrzeuge auf dem gesamten Gelände sind heute nicht erlaubt. Bitte achten Sie darauf, es gibt viele Zuschauer, hier ist viel Verkehr. Daher bitte nochmal der dringende Appell, keine Fahrräder oder sonstige Fahrzeuge auf dem gesamten Gelände. Dankeschön. Ja, ladies and gentlemen, again urgent. No bicycles and no other vehicles are allowed. On the complete ground. Please, no vehicles and no other vehicles, no bicycles or something like that are allowed on the complete ground. Thank you very much. Kank, 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 kank.